rentenerhöhung zum 1.7 2024 steht fest die renten steigen um 4,57 prozent mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die naja meine damen und herren nun ist die katze aus dem sack das heißt der bundesminister für arbeit und soziales hat bekannt gegeben dass die renten zum 1.7 2024 um 4,57 prozent steigen werden das ergibt sich aus der pressemitteilung des bundesamt des bundesministeriums für arbeit und soziales vom 19 märz 2024 also wir gehen ja ganz kurz mal rein die renten steigen um 4,57 prozent renten in ost und west werden erstmals einheitlich angepasst die rentenerhöhung liegt damit zum ersten juli 2024 um 4,57 prozent gleichzeitig drehten auch die verbesserungen für renten der em-rentnerin und em-rentner zum 1.7 2024 auch in kraft und da gibt es dann natürlich wenn man das zusammenrechnet eine richtig große rentenanpassung von über zehn prozent meine damen und herren was ist der grund für die rentenanpassung und zwar der grund für die rentenanpassung nach der aussage des bundesministerium für arbeit und soziales liegt in der lohnsteigerung von 4,72 prozent und zwar basiert diese auf den auf der sogenannten lohnentwicklung nach der volkswirtschaftlichen gesamtrechnung vgr meine damen und herren leider ist es so dass in diesem jahr dämpfend das heißt also demokratie demografie bedingt hier der nachhaltigkeitsfaktor 0,16 prozent dämpfend wirkt das heißt also an sich wäre die rentenerhöhung da noch deutlich höher ausgefallen also meine damen und herren das sind erstmal die nachrichten ob sie das als gute nachrichten empfinden das kann ich ihnen nicht sagen aber der aktuelle rentenwert liegt dann am 1.7 2024 bei 39 euro und 31 cent und im gegensatz zu 37 euro 60 also da haben wir also letzten endes diese entsprechenden zahlen das bedeutet also dass wir in deutschland ab dem ersten juli 2024 eine rentenerhöhung um 4,57 prozent haben werden näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24 die ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel